So, let's talk in dieser Aufnahme-Session, um, first picker, Genji werden wir wieder mal spielen, let's go. So, let's go. So, let's go. So, let's go. Schön schwarz. So, let's go. 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 Okay. So, let's go. 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 Ich bin der Klingel im Schatten. Zeig was du kannst. Ich bin der Klingel. Ich bin der Klingel im Schatten. Ich werde mal romen gehen. Ich werde mal romen gehen. Euch obliegt die Wahl eines Talents. Helden, zollt mir Tribut und ich werde euch meine Gunst gewähren. Mein Krieg wird niemals tun. Bringen wir es zu Ende. Er ist nicht gestorben, weil er noch ein Dings war. Schade. Okay. Achhi. Ja. Ich werde dich. Ich werde dich. Ich werde dich. Ich werde dich. Das war's für heute. Ich bin geheult. Ja. Entscheidet euch für ein Talent. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zahlt? Ich gehe zurück. Wir werden die Abklingzeit nehmen. Zauberpanzer braucht man nicht gegen das Team. Also aggressiv wie möglich wieder rein und mit Genji. Wir müssen bessere Spiele als beim letzten Mal absorbieren. Absorbieren meine ich. Die letzten beiden Partien in dieser Session war ein ganz schöner Schmarrn. Aber so ist das halt manchmal. Bin ich aufgepasst? Schade. Ich kenne beides nicht. Komisch. Zeig, was du kannst. Solche Stärke sollte gewürdigt werden. Der Tod hält mich nicht auf. Zeig, was du kannst. Wie steht es um euch? Blutrausch. Zollt mir Tribut oder stellt euch ich meine im Flur. Ihr habt die Wahl. Ich scheine euch überlegen zu sein. Ich danke dir. Boss gemacht. Netter 3. Ich bin geheimt. Ich bin geheimt. Ich bin geheimt. Ich bin geheimt. Oh je. Naja, solange ich ein gutes Spiel mache, ist mir ist eigentlich egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Aber bis jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Zollt mir Tribut und erringt meine Gunst. Ich bin geheimt. Ich bin geheimt. Ich bin geheimt. Ich bin geheimt. Ich hab nicht ganz verstanden warum er da reingerannt ist. Wir werden... Wir können Dragon Blade versuchen. Ich bin immer großer Freund von Dragon Blade. Bordes Spitter. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zollt? Für einen Sieg ist kein Opfer zu tun. Eure Verbündeten können stolz auf euch sein. Ihr wurdet für unwürdig befunden. Dies ist mein Weg. Ein bisschen Glück gehört eben auch dazu. Das Glück hat dich verlassen. Meine Kunst gehört euch, Helden. Das Schicksal eurer Feinde ist besiegelt. Das Feuer der Schlacht. Wir wurden für unwürdig befunden. Ich bin geheim. Danke, dass du mich getötet hast. Ey, so ein Penner wieder, ey. Jetzt stirbt dir der beide. Geiler Ulti, Leoric. Du hast uns beide gerade getötet. Du hast eigentlich alle getötet gerade. Ich wär so safe gewesen. Und dann macht er halt den Scheiß-Ulti an und grillt mich. Danke, Leoric. Hast du fein gemacht. Und so endet der Fluch. Vielleicht wissen wir uns jetzt zu schätzen. Ich tut mich in den Kampf. Das wäre ein Easy-Kill gewesen. Ja, riskantes Spiel eben. Wie viel haben wir schon... Oh, da können wir vielleicht diesmal... Vielleicht haben wir diesmal die 6500. Das ist durchaus eine valide Möglichkeit. Die Schlacht-Hacken. Die Schlacht-Hacken. Wer features eingebenserna? Ich darf nicht auf die Heimler. Die Schlacht-Hacken. Ich darf nicht auf die Heimler. Das ist das Knochen. Das ist das Knochen. Das ist das Knochen. Ich bin ein bisschen entdeckt. Hey! Hier ist mein Weg. Fliech hier! Ja! 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 Solche Stärke sollte gewürdigt werden. Euer grausamer Blutrausch hat ein Ende gefunden. Ich bin geheim. Das Licht beschützt mich! Ein Doppelkill. Das ist wahre provoziert. Wahre Krieger lassen sich nicht so leichten Schaffern. Der Ruhm gebührt euch. Ihr tut mich, ein Verwendeter eines Kräuters. Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig. Sollt mir den Wut und erringt... Ah, ich hab ja die Abpings halt schon. Ups! Da hab ich aber mächtig gefehlt. Er hat mich halt wieder getötet! Was macht er denn mit seinem fucking Ulti? Alter, der Leo grillt mich halt wieder, weil ich nicht wegkomme und laufen kann, weil er da in der Nähe steht. Der kriegt ein Report von mir. Der spielt so eine Scheiße zusammen. Es ist der Wahnsinn. Hier. Tschüss Junge. Mann ist das nervig ey. Der fucking Leo grillt mich halt schon wieder mit seinem blöden Ulti. Sag mal das Spiel für's Gegner-Team oder was? Alter, das wär jetzt der Moment, wo ich im Chat, glaub ich, ausrasten würde. Zweimal enttoben, zweimal hat er mich damit getötet. Bei so einem Penner ey. Ich war geroutet, ja, aber ich komm da auf jeden Fall noch raus. Guck mal, du kannst ja keinen Enttum setzen, wenn ihr 2 gegen 4 fallet. Das ist dämlich. Neue Kriege wird niemals... aus dem Freuden. Sollt mir Tribut oder steckt euch in meinen Fluch. Ihr habt die Wahl. Die Drache wird unser sein. Schon wieder so ein Desaster-Spiel, das kann doch nicht sein ey. Wir müssen mal zusammen spielen. Überall ist auch die ganze Zeit immer nur irgendwo anders. Klar ist es hockt die XP, aber... Das ist doch ein Schwachkopf, ist das echt. Ich bin die Klinge im Schatten. Ich bin die Klinge im Schatten. Ich bin die Klinge im Schatten. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Tribut zollt? Es geht nur im Schatten. Die Gruppe fährt weiter. Die Schlacht geht weiter... Ich danke dir für die Heilung. Jetzt haben wir da wieder rein, obwohl wir nicht Level 20 sind. Geil. Dies ist mein Deck. Die Nahrungen stehen mir bei. Gut, jemand hat sich diesmal umentschieden. Finde ich gut. Mein Fluch lasst es auf euch hängen. Werdet ihr ihn überleben? Mhahaha. Leo wieder tot. Und eh. Werdet ihr? Und eh. Werdet ihr? Wir dürfen nicht zulassen, dass der Weid weiter... Kommt da, halt. Das gibt es doch nicht, ey. Feier. Der Fluch ist vorbei. Ich hoffe für euch, dass ihr das Beste daraus gemacht habt. Musste ich versuchen Das musste ich versuchen Leo neunmal rein Bald werden siebenmal reingefeedet Alter Schwede Na gut, da kannst du halt nicht viel machen Die sind halt nur reingeordnet Ja, diese Session war ja mal Absurdes Desaster Ich habe überhaupt jemals Ein Spiel gewonnen in dieser Session Das waren ja alles Kindergartenkinder Die ich hier im Spiel hatte Oh meine Fresse War das eine Scheiße Richtig scheiße hier Meine Teammates Der Leo killt mich zweimal Mit seinem fucking Enttombed Ich kann auch nicht mal rauskommen An der Stelle, das war halt unglücklich Aber alter Schwede Das reicht nicht mehr für der Werbung War ja klar Alter Schwede, war das ein schlechtes Spiel Das muss man mal an der Stelle wirklich sagen Die haben sich ja die ganze Zeit Über abnudeln lassen Klar, das war ein beschissenes Lineup Was wir hatten Aber trotzdem hätten wir durchaus was machen können Die Arthas hat da natürlich Seine Stärke ausgespielt Ähm, das gebe ich zu Aber trotzdem Das kann man auch besser machen Also Meine Güte Naja Dumm gelaufen Ähm, ich bin aber Im Spiel zufrieden Abgesehen davon Dass ich da halt Ja gut, jetzt am Ende Musste ich halt all in gehen Mit Dragonblade Und versuchen, was ging Ich hätte wahrscheinlich erst Swiftstrike Dann Dragonblade Anmachen sollen So oder so Wäre ich da gestorben Ähm Naja Kann man nichts machen Gut, dann sehen wir uns Zum nächsten Mal wieder Bis dahin Tschö Tschö